Heinz Baumer ist ja international auf Besucher, wie auch auf Ausstellerseite. Wir haben alleine auf Ausstellerseite über 63 Prozent internationale Aussteller und das ist eine sehr, also auch für das Messegeschäft eine sehr hohe Quote und auf Besucherseite ist es ähnlich. Wir erwarten über 500.000 Besucher aus der ganzen Welt in diesen sieben Tagen und ja aus über also über 200 Ländern. Das ist schon mit Fug und Recht eine Weltgleichmesse.